Heute geht es um den YouTube Ads Expert Kurs von Christian Tucholsky. Christian Tucholsky hat mit seiner Smartphone Cash Formel es geschafft, bei Digistore auf Seite 1 zu kommen, eines der bestverkauftesten Produkte zu generieren. Die Smartphone Cash Formel war auch einige Zeit Platz 1 aller digitalen Produkte im gesamten Digistore 24 Marktplatz, der so ziemlich alle relevanten deutschsprachigen digitalen Infoprodukte abdeckt. Hat in zwei Monaten über 400.000 Euro mit diesem Kurs eingenommen. Wie er das Ganze gemacht hat, wie er da vorgegangen ist, das zeigt er im YouTube Ads Expert Kurs. Er hat zwar auch Facebook Ads und so weiter probiert, hatte allerdings oft das Problem, dass Ads gesperrt werden, Werbeaccounts gesperrt werden und viele andere Probleme. Hier zeigt er Christian, wie er es gemacht hat mit YouTube Ads, die im Grunde, muss ich auch sagen, viel besser funktionieren als Facebook Ads, viel weniger gesperrt werden und du meist für viel weniger Geld das gleiche Ergebnis erzielen kannst im Vergleich zu Facebook. Wie er es gemacht hat, Schritt für Schritt, du kannst ihm da über die Schulter schauen, das Ganze so hoch zu skalieren, dass er auf YouTube Ads für sein Produkt schaltet und über 400.000 Euro an Umsatz mit der Smartphone Cash Formel gemacht hat, die Smartphone Cash Formel auf Seite 1 des Digistore Marktplatzes katapultiert hat. All das verrät er dir hier im YouTube Ads Expert Kurs. Wir schauen einfach direkt rein. Ich zeige dir, wie du das Ganze nutzen kannst. Es ist ganz egal, ob du jetzt ein eigenes digitales Produkt hast oder ob du Affiliate Marketing betreibst. Du kannst auch Affiliate Produkte über diese Strategien verkaufen. Wenn du weißt, wie es funktioniert, wie du richtig YouTube Ads schaltest, wie du diese richtig aufbaust, wie du diese richtig targetierst, dann kannst du das im Grunde auf alle möglichen Produkte anwenden. Ganz egal, ob eigenes digitales Produkt, ein Coaching Produkt, eine Agenturdienstleistung, die du anbietest, ein Affiliate Produkt und so weiter. Wir schauen direkt mal rein und ich zeige dir, was dich im YouTube Ads Expert Kurs erwartet. Bevor wir starten, du kannst dir den YouTube Ads Expert Kurs über den Link unterhalb des Videos sichern. Klicke dazu einfach auf bonuskiste.com slash YouTube Ads ist der erste Link in der Videobeschreibung. Dort findest du auch das Video von Christian, wo er dir erklärt, wie er vorgegangen ist, um die Smartphone Cash Formel auf Seite 1 des Digistore Marktplatzes zu katapultieren, wie er damals alles mögliche probiert hat, Facebook Ads, Instagram Ads und so weiter, aber schließlich bei den YouTube Ads hängen geblieben ist. Du bekommst zusätzlich von mir meinen YouTube Affiliate Tag in der Bonuskiste kostenlos dazu. Da gehe ich darauf ein, wie du YouTube nutzen kannst, um Affiliate Marketing zu betreiben. Das heißt, ich zeige dir, wie du die zweitgrößte Suchmaschine der Welt YouTube nutzen kannst, um Affiliate Marketing ohne dein Gesicht zu zeigen, betreiben kannst. Kostet normalerweise 297 Euro, schenke ich dir in der Bonuskiste kostenlos dazu. Meine YouTube Adsense Mastery, da gehe ich darauf ein, wie du YouTube Kanäle aufbaust. Ich habe hier zum Beispiel Kanäle im englischsprachigen Raum, die ja so Art Meditationsvideos machen, die ich nicht selber einspreche, wo ich die Videos nicht selber erstelle, die allerdings nur darauf abzielen, YouTube Adsense Einnahmen zu generieren, also durch Werbeeinblendungen Einnahmen zu generieren. Diese YouTube Adsense Mastery, diesen Videokurs, bekommst du von mir kostenlos in der Bonuskiste zum YouTube Ads Expert von Christian Tucholsky dazu und ich zeige dir, wie ich das Ganze mache. Filme da meinen Bildschirm, zeige dir meine Kanäle und du kannst das Ganze einfach nachmachen. Und last but not least, meine Insider Traffic Secrets, wo ich dir meine favorisierten Traffic Quellen zeige. Ich zeige dir, wie du Traffic auf Affiliate Produkte bringen kannst, wie du Traffic auf deine eigenen Produkte bringen kannst. Strategien, die mit Kosten verbunden sind, Strategien, die aber auch komplett kostenlos durchzuführen sind. Ich gehe auf verschiedene Traffic Quellen ein. Im Insider Traffic Secrets Videokurs kostet normalerweise 399 Euro. Schenke ich dir in der Bonuskiste kostenlos dazu. Sichere dir dazu einfach den YouTube Ads Expert Kurs über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com slash youtubeads y-t-y-t-ads So wie du es hier siehst, ist der erste Link in der Videobeschreibung. So und hier befinden wir uns auch schon im Mitgliederbereich von Christian Tucholsky. So sieht das Ganze aus, wenn du dir den Kurs gesichert hast. Wir schauen jetzt einfach mal direkt ins Willkommensvideo von Christian Tucholsky rein und schauen, was er hier zu sagen hat. Let's go! Herzlich willkommen bei dem YouTube Ad Expert Kurs. Das war die richtige Entscheidung, wenn du sagst, ja, du möchtest YouTube Ads in der Tiefe lernen. Und es ist egal, ob du jetzt Anfänger bist oder bereits schon Erfahrungen gesammelt hast. Ich nehme jeden von Grund an hier mit bei Null, wie du einen Account erstellst und dann letztendlich auch natürlich, wie du deine ersten richtigen, profitablen Ads erstellst. Das alles lernst du hier. Als erstes gehen wir quasi alles durch, ja. Also wirklich chronologisch. Account-Erstellung, erste Initial-Ad, was dann folgt, ja, bis hin zu allen möglichen Dingen, wie Zielgruppenerstellung, Retargeting, worauf du achten solltest bei der Zielgruppenerstellung, was für Fehler du sein lassen solltest, all das wirst du chronologisch lernen. Bitte schau dir also jedes Video an, übergehe wirklich nichts und dann gehe eigentlich alles nur in den Playlists nach oben, nach unten. Dann kannst du nichts falsch machen. Am Ende, wenn du die Playlists durchgeschaut hast bei der Durchführung, dann hast du unten nochmal einen Bonus, wo ich dir dann Kampagne nochmal von mir zeige, wie ich sie erstelle, was die Ergebnisse sind und was ich daraus für Rückschlüsse ziehe. Denn viele andere Kurse jetzt zum Beispiel zum Thema Facebook-Ads haben lustigerweise immer viel Theorie drin, aber zeigen niemals die Praxis, wie sie es gemacht haben. Und du siehst dann bei mir nochmal über die Schulter zusätzlich, wie ich sowas angehe, mit meinen Gedanken ungeschnitten und letztendlich dann auch, wie ich auswerte und optimiere und skaliere. Deswegen, sei gespannt. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Kurs und natürlich profitable Ads. Yes, also wie Christian bereits erwähnt hat, er zeigte hier Schritt für Schritt, er nimmt dich quasi mit in das Google-Backend, ins Google-Dashboard, schaltet mit dir gemeinsam die YouTube-Ads, zeig dir, wie er es geschafft hat, Digistore-Produkt, also Marktplatz-Produkt Nummer 1 zu werden mit der Smartphone-Cash-Formel, indem er YouTube-Ad-Strategien angewendet hat. Wir schauen jetzt einfach direkt mal rein, Durchführung von A bis Z im zweiten Modul. Hier bekommst du im ersten Video direkt eine Übersicht des Vorgehens initial. Hier erfährst du Dinge, die du vor der ersten Ad machen solltest, die Kampagnen-Erstellung, optimieren und skalieren deiner Kampagnen. Schauen wir direkt weiter. Herzlich willkommen. Hier geht es eben dann um die erste Anmeldung auf Google. Du schaltest YouTube-Ads, ja, über, ja, deinen Google-Ads-Account. Das heißt, selbst wenn du das noch nie gemacht hast, selbst wenn du noch nicht mal einen Google-Ads-Account hast, von da aus wird gestartet. Das heißt, hier bekommst du ja von Null auf alles, was du dafür brauchst. Selbst auf die Anmeldung des Google-Accounts geht Christian hier ein. Zielgruppen-Erstellung wird dann hierbei behandelt, was sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, welche Leute möchtest du erreichen? Du hast bei Google und bei YouTube die Möglichkeit, auf verschiedene Arten und Weisen zu targetieren. Beispielsweise kannst du sagen, dass deine Ads nur vor einem bestimmten Video abgespielt werden sollen. Das eignet sich in manchen Nischen sehr, sehr gut. Beispielsweise du hast einen Hunde-Erziehungskurs, den du entweder selbst oder als Affiliate promoten möchtest und schaltest diesen genau nur vor, ja, Videos, die sich Leute ansehen, die sich gerade mit Hunde-Erziehung beschäftigen. Also solche Sachen sind da möglich. Deshalb nur ein kleiner Einblick. Christian gibt dir hier alles zur Zielgruppen-Erstellung mit. Kampagnenstrukturierung, die erste richtige Kampagne aufsetzen. All das hast du hier drinnen. Das heißt, wie du hier schon siehst, Christian geht hier einfach Schritt für Schritt durch seinen Google Ads Account durch und macht das Ganze mit dir gemeinsam beziehungsweise zeigt dir, was er bei der Smartphone Cashformel gemacht hat. Keyword Placement, wie sorgst du dafür, dass du bei bestimmten Suchbegriffen auf YouTube angezeigt wirst, dass dein Video, deine Ad angezeigt wird? Wie erstellst du so eine Keyword-Ad, wie erstellst du eine Themen-Ad, aktives Suchverhalten und hier im Video 17 noch stackbare und nicht stackbare Werbeanzeigen. Dann geht es direkt weiter mit Optimierungen und Skalierungen. Das heißt, nachdem du die erste, ja, YouTube-Ad aufgesetzt hast, geht es nun darum, diese zu optimieren und, ja, möglichst hoch zu skalieren. Das ist ja das, was es Christian quasi ermöglicht hat, die Smartphone Cashformel so oft zu verkaufen. Er hatte eine funktionierende YouTube-Werbeanzeige, die er immer hoch skaliert hat. Wenn du jetzt eine Werbeanzeige hast, wo du 100 Euro ausgibst und 200 Euro einnimmst, macht es natürlich Sinn, das Ganze so weit hoch zu skalieren, 200 Euro, 500 Euro oder noch mehr auszugeben, so weit, wie es eben möglich ist und das Ganze möglichst hoch zu skalieren. Christian zeigt dir hier, wie es geht, wie du das machen kannst, wie du regelmäßig neue Videos testest, wie du die Conversion-Kosten anpasst, wie du Ads tötest, die nicht funktionieren, wie du Zielgruppen rausnimmst, die nicht funktionieren, wie du neue Platzierungen hinzufügst. Dann Modul 3, eines meiner Lieblingsmodule, Praxisbeispiele, Case Study, Smartphone Cashformel, verschiedene Werbevideos, auf YouTube, Videos für die Werbekampagne suchen, also hier direkt aus der Praxis, wie setzt Christian das Ganze um, Initial-Kampagne, Retargeting-Kampagnen, Themen-Kampagnen, auf all das geht er hier ein und zeigt dir hier beispielsweise auch in der Case Study zur Smartphone Cashformel, genau wie er hier vorgegangen ist. Und alleine dieses Wissen, also selbst wenn du das für dein Produkt oder für ein anderes Affiliate-Produkt einfach nachmodellierst, diese Kampagne, die Christian hier aufgesetzt hat, das ist ein Nummer 1 Digistore Marktplatz Produkt gewesen, ist nach wie vor auf Seite 1 bei Digistore Marktplatz und dieses Wissen ist Gold wert und du kannst jetzt hergehen und das in jeder anderen Nische genauso umsetzen. Dann hast du hier noch Modul 4, Bonuswissen, Fachbegriffe, Abkürzungen und so weiter, auch hier, falls du irgendwelche Begriffe nicht verstehst, Lookalike, Audiences, Retargeting und so weiter, erklärt dir hier Christian nochmal ganz genau, was es damit auf sich hat mit diesem Marketingdeutsch, sage ich mal. Das sind einige Begriffe, die du kennen solltest und dann verstehst du auch, wie du das Ganze umsetzen kannst. Und zum Schluss nochmal, Abschluss und großer Tipp, hier beglückwünscht dich Christian nochmal zum Abschluss des Kurses und gib dir auch die Möglichkeit, mit ihm direkt zusammenzuarbeiten. Du hast hier die Möglichkeit, ja, von Christian 1 zu 1 gecoacht zu werden. Das war es zum YouTube Ads Expert. Wie gesagt, du bekommst hier alles mit, was du brauchst, von Christian Tucholsky, der das Digistore Marktplatz Nummer 1 Produkt gelauncht hat, die Smartphone Cash Formel, über 400.000 Euro Umsatz damit erzielt hat und er geht einfach Schritt für Schritt darauf ein, wie er das Ganze gemacht hat, wie er das hochskaliert hat, wie viel er bei YouTube ausgegeben hat, wie viel er eingenommen hat, wie er die Kampagnen aufgebaut hat und so weiter. Wenn du dich daran hältst, wirst du sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, ganz egal, ob du jetzt ein digitales Produkt hast, ob du einfach nur als Affiliate, ohne dein Gesicht zu zeigen, tätig bist, ob du ein Coaching verkaufst, ob du Agenturdienstleistungen für lokale Unternehmen machst. Also für all diese Sachen kannst du YouTube-Ads verwenden und es kristallisiert sich vor allem in den letzten Monaten immer stärker heraus. Facebook wird vor allem jetzt in dieser Nische immer schwieriger, während YouTube und Google, ja, kommt mir vor, zumindest immer toleranter werden und du hier auch für einen Bruchteil der Ausgaben die gleichen Ergebnisse erzielen kannst, weil einfach die meisten zu Facebook laufen. Also beschäftige dich auf jeden Fall mit dem Thema. YouTube-Ads ist extrem interessant, steckt wahrscheinlich jetzt noch in den Kinderschuhen und wird in den nächsten Jahren auch immer wichtiger werden. Ja, wie bereits erwähnt, du kannst dir den YouTube-Ads-Expert-Videokurs von Christian Tucholsky über den Link unterhalb des Videos sichern, wie du hier bereits siehst. Lerne von einem, der es wirklich gemacht hat. Lerne von Christian, der ein Digistar Nummer 1 Produkt gelauncht hat, die Smartphone Cash Formel. Wenn du dir den YouTube-Ads-Expert über den Link unterhalb des Videos sicherst, bonuskiste.com slash yt ads, so wie du es hier siehst, ist der erste Link in der Videobeschreibung, bekommst du von mir meinen YouTube-Affiliate-Tag-Videokurs kostenlos dazu, meine YouTube-Adsense-Mastery und meine Insider-Traffic-Secrets, wo ich auf meine favorisierten Traffic-Quellen eingehe. Alleine dieser Videokurs kostet normalerweise einzeln 399 Euro. All diese 3 Videokurse bekommst du von mir kostenlos in der Bonus-Kiste dazu. Sichere dir dazu einfach den YouTube-Ads-Expert-Videokurs über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com slash yt ads, so wie du es hier siehst und schreib mir danach eine Nachricht an bonus-at-bonuskiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir die Bonus-Kiste freischalten kann. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit dem YouTube-Ads-Expert-Videokurs von Christian. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte jede Frage und bis dahin wünsche ich dir massig Provisionen und massig Sales mit dem YouTube-Ads-Expert-Videokurs. Ciao.